Kennt ihr einen König, der die gesamte Erde voller Gold besitzt? Man sagt, Warren Buffett, ein Investmentstratege, hat die 100 Milliarden erreicht. Wie viel sind 100 Milliarden von dem gesamten Vermögen? Ein großer Teil oder ein kleiner Teil? Nicht mal Warren Buffett hat so einen Anteil, dass er erwähnenswert wäre. Du, oh Diener Allahs, hast etwas Gewaltigeres in deinem Leben von Allah Azzawajal bekommen, und zwar den Islam, gewaltiger als die gesamte Erde voller Gold wäre. Alhamdulillah. Wo ist euer Alhamdulillah? Wo ist eure Zufriedenheit mit Allah Azzawajal? Wo ist das, wir sagen, auch wenn ich dieses und jenes nicht habe? Ich habe den Islam und ich lebe mit dem Islam. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.